In diesem Tutorial werden wir uns anschauen, wie man den Abstand eines Punktes von einer Geraden mit einer Hilfsebene bestimmen kann. Für diesen Abstandsproblem gibt es allerdings noch zwei gängige Alternativlösungswege mit dem sogenannten Orthogonalitätsverfahren oder mit einer Formel. Tutorials zu beide dieser Alternativlösungswege findet ihr im Abspann oder oben rechts unter dem I-Punkt. Bevor wir diesen Lösungsweg Schritt für Schritt anhand eines Beispiels kennenlernen werden, will ich im Voraus mit Hilfe einer Planskizze schon mal diesen Weg kurz beschreiben. Wir haben also ein Punkt und eine Gerade. Wenn wir in diesem Zusammenhang von Abstand reden, dann ist natürlich der kürzeste Abstand gemeint und er trifft immer orthogonal auf diese Geraden. Der Punkt, wo es landet, heißt Lotfußpunkt und ist hier mit L gekennzeichnet. Unser Zwischenziel ist natürlich, diesen Punkt L zu bestimmen, weil wenn man diesen Punkt hat, dann kann man problemlos sozusagen den gesuchten Abstand bestimmen, bestimmen, indem man einfach die Länge dieses Vektors per L, ich deute es jetzt hier kurz an, also, die Länge dieses Vektors per L ist genau für uns der gesuchte Abstand. Um das zu erzielen, werden wir eine sogenannte Hilfsebene bilden, die orthogonal zu dieser Geraden steht und deshalb wir den Richtungsvektor dieser Geraden als Normalvektor für unsere Ebene benutzen können. Wie das Ganze genau abläuft, werden wir anhand des Beispiels sehen. Wir haben also ein Punkt P und eine Gerade G und zum besseren Verständnis habe ich noch unsere Planskizze von vorher rechts abgebildet. Und um den gesuchten Abstand zu bestimmen, brauchen wir natürlich L. Um L wiederum zu bestimmen, müssen wir zuerst diese Hilfsebene aufstellen durch die Punkte P und L, wobei G orthogonal zu dieser Ebene steht. Um eine Ebenengleichung aufzustellen, natürlich in Koordinatenform, weil es am günstigsten ist, brauchen wir natürlich einen Normalvektor für unsere Ebene. Und weil G orthogonal zu E ist, können wir den Richtungsvektor unserer Geraden, also das ist dieser hier hinten, als Normalvektor für unsere Ebene benutzen. Das sind dann genau die Koeffizienten vor x1, x2 und x3 bei der Koordinatenform. Entsprechend haben wir dann 3x1 plus 2x2 plus 2x3 sind erstmal b. Dieser b müssen wir noch bestimmen. Dafür müssen wir unbedingt einen Punkt in dieser Ebene einsetzen, was bereits in der Ebene liegt. Und das können wir ganz gut anhand unserer Planskizze erkennen. Das ist natürlich p. Also als Hinweis schreibe ich hier noch unten kurz p einsetzen. Natürlich ist das immer so. Und entsprechend haben wir dann 3x-2 plus 2x-6 plus 2x1 sind gleich b. Jetzt fassen wir das Ganze zusammen. Also wir haben dann minus 6, dann minus 12 sind minus 18, plus 2 sind das minus 16. Und damit haben wir einen passenden Wert für b und damit können wir eine saubere Ebenengleichung angeben. Entsprechend sind das dann 3x1 plus 2x2 plus 2x3 sind dann minus 16. Anhand unserer Abbildung können wir jetzt erkennen, dass L genau der Schnittpunkt zwischen dieser Gerade und der Ebene ist. Deshalb ist Schritt Nummer 2 L als Schnittpunkt zwischen G und E bestimmen. Dafür zerlege ich natürlich die Gerade in einzelnen Koordinaten, also zeilenweise. Entsprechend habe ich dann x1 ist 5 plus 3t, x2 9 plus 2t und x3 sind dann 1 plus 2t. Und dieser x-er setzen wir dann für x1, x2 und x3 in unsere Ebenengleichung. Entsprechend haben wir dann 3 mal 5 plus 3t plus 2 mal 9 plus 2t und plus 2 mal 1 plus 2t und das Ganze ergibt dann minus 16. Was wir jetzt noch machen müssen, ist die Gleichung zu lösen und deshalb löse ich hier zuerst die Klammer auf. Dann habe ich entsprechend 15 plus 9t plus 18 plus 4t plus 2 plus 4t sind gleich minus 16. Ich fasse erstmal die t zusammen. 9 plus 4t plus 4t sind 17t. Dann die Zahlen 15 plus 18 sind 33 plus 2 sind 35. Die bringe ich darüber mit minus 35. Dann können wir minus 16 minus 35 miteinander verrechnen. Dann haben wir minus 51 geteilt durch minus 17 ergibt t ist minus 3. Natürlich nehmen wir jetzt diesen t-Wert und setzen es in unserer Geradengleichung ein. Und damit haben wir den Loadfußpunkt. Also dann schreibe ich hier t in g einsetzen und damit kriegen wir l raus. Also wir haben dann 5 plus 3 mal minus 3 sind entsprechend 5 minus 19 minus 4. Dann 9 plus 2 mal minus 3. 9 minus 6 sind 3. Und 1 plus 2 mal minus 3 sind minus 5. Das sind dann die Koordinaten des Loadfußpunktes. Und mit diesem Punkt L und mit P können wir natürlich den Vektor per L bilden. Und dann seine Länge. Damit haben wir unser Abstand. Also als erstes bilden wir natürlich den Vektor per L. Das bedeutet nichts anderes als L minus P. L habe ich hier unten und P da oben. Also minus 4. Minus minus 2 sind minus 2. Dann 3 minus minus 6 sind entsprechend 9. Und minus 5 minus 1 sind minus 6. Dann die Länge dieses Vektors oder Betrag von per L ist dann Wurzel aus jeder einzelnen Koordinate ins Quadrat. Dabei können wir die Vorzeichen komplett ignorieren. Wegen der Hoch 2 verschwinden sie sowieso. Und können dann auch das Ganze zusammenfassen. Wir haben dann 81 plus 5 und plus 36 ergibt 121. Und Wurzel aus 121 sind natürlich 11. Damit hätten wir auch den Abstand. Es beträgt 11 Längeneinheiten. Weil es ein wichtiges Abstandsproblem ist, schauen wir uns noch ein paar beliebte Anwendungsfälle an. Als erstes der Abstand zwischen zwei parallele Geraden. Das kann man auch sehr einfach bestimmen, indem man einfach mal einen Punkt, zum Beispiel den Stützpunkt von der einen Geraden nimmt. Hier Punkt P und den Abstand zu der zweiten bestimmt. Ein weiterer Anwendungsfall ist, wenn man die Höhe eines Dreiecks bestimmen möchte. Natürlich mit dem Ziel später den Flächenhalt zu bestimmen. Da muss man einfach nur den Abstand zwischen Punkt C und die Gerade durch die Punkte A und B bestimmen. Und noch ein Anwendungsfall. Wenn man die Höhe eines Parallogramms bestimmen möchte, dann muss man natürlich ebenfalls den Abstand zwischen der einen Ecke, in diesem Fall D, und die Gerade durch die Punkte A und B bestimmen. Zum Schluss, wie gewohnt, noch ein paar Hinweise. Wie bereits am Anfang gesagt, gibt es für dieses Abstandsproblem noch zwei Alternativlösungswege. Einmal mit dem Orthogonalitätsverfahren, einmal mit der Formel. Zu diesen zwei Lösungswege gibt es gleich im Abspann auch noch Tutorials. Sowie für den Abstand eines Punktes von einer Ebene oder für den Abstand Winschiefergeraden.